Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rainbow Six Siege. Blitz! Ich bin der Blitz! Mein mein. Ich bin der Blitz! Ich bin Ash. Lightning McQueen! Oh guck mal das ist Bombe. Bombe? Wir haben auch immer noch Exclusive Melon in unserem Team. Bombe? Der in der letzten Runde gar nicht so schlecht war glaube ich. Ja aber jetzt haben wir noch den Neffe 88. Ja den Neffe der wahrscheinlich wieder nur einen Rekruten hat oder so weiß ich nicht. Der sieht als wäre der eingeschlafen. Ich hätte gern wieder Drogi zurück. Drogi war toll. Der hat gar nichts ausgewählt. Ich habe so langsam das Gefühl. Oh das ist nett. Good luck Geig. Luig. Geig. Guck mal ich mache sogar noch guck mal. Good luck mit einem Smiley. Weil ich das so schön finde. Und jetzt werden wir sie vernichten. Magst du ein alter Counter-Strike-Money? Krollo wo seid ihr? Wo sind die Gegner? Im Keller. Keller. Keller Keller Keller. Oh ja schön da kann man schon auf der Treppe die Sachen einnehmen. wenn ich das richtig weiß. Die Drohne hat eine Drogue lokalisiert. He he. Oh fuck. Juhu. Also ich komme runter in dem Moment kommt er wieder hin aufs Traum raus. Nein. Oh schade. Oh Max hat noch seine Drohne. Zehn Sekunden bis zum Eis. Nutze sie weise unten. Jetzt rechts. 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 Nein. Ja. Ja. Rechts. Zurück. Links. Links. Da. Da rein. Dahinter sitzt einer. Ja. Sehr gut. Alter. Kommen sie mit anderen den Händen raus. Was möchte man uns damit sagen. Hier hat jemand das deutsche Wort D. Rangeschrieben. Moment. Guck mal. Ist das nicht Wachskammer? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß nicht ob ich von oben kommen möchte. Jedenfalls nicht gleich am Alba. Hey guck mal ich hab doch den hier. Nicht alle in einer Richtung. Ich hab einen Granatwerfer flog. Weißt du. Wisst ihr. Geht hier rein. Oder auch nicht. Max geht die andere Richtung. Ja. Ich bist doch. Gibt es nicht einen vernünftigen Keller Eingang? Oh warte. Oder ist der einzige Eingang nach unten? Warte mal. Ich schick meine Drohne runter. Warte mal. Ich mach meine Dicke kaputt. Oh warte. Schick meine Drohne runter. Ich wurde entdeckt. Hier drin ist die Kamera. Hier drin ist die Kamera. Da oben. Wir sehen die auch nicht. Philipp weg. Nate. Ich hab irgendjemanden angehittet. Ich schick meine Kamera runter. Liegt sie da noch? In der Treppe sitzt keiner mehr. Da liegt einer. Hui. Also genau da liegt einer. Oh. Sprengladung Schafkämmer. Den hab ich. Sprengladung einsatzbereit. Der braucht Helm. Ich krieg mal hier so runter. Wo ist der denn der Helm braucht? Weiß es nicht. Da oben. Ich ziehe auch keinen von oben, Philipp. Oh je. Hab ihn. Den hinter dem Ding sie da. Ja. Der ist down. Was will der denn hier oben? Ich dachte hier oben ist ein Feind. Wat für ne Nuss. Ich gehe in die Treppe runter. Einschärfung eingeleitet. Einschärfer beschützen. Der. Ach ne, das bist du. Ich schütze die Treppe. Huiuiui. Wo ist der Typ, den ich eigentlich angedings hatte? Der ist doch. Der ist tot. Das war der Heini. Max kann sich das aber pass auf lachen. Wir gehen in irgendeine Ecke und zielen da, wo das Loch ist. Ja. Hab ich vor. Nebt ja nur noch einer. Ja ja. Ist aber Smoke. Also vorsichtig. Sag ich ja. Nicht alle da. Vielleicht kommt er von oben. Okay. So schnell wäre er nicht mehr nach oben gekommen. Naja, vielleicht hat er das Ding unten herangeschmissen, ist hochgerannt und hat von da oben gezündet. Kann er ja. Da, schnell fern. Das Funk. Aber der hat ja unten die Wand auch aufgemacht. Ach ja. Ja, stimmt. Du sollst nicht während der Aufnahme essen. Du bist so wohl. Was ist das in deinem Mund? Sag nichts Falsches. Welche Kekse. Rappumpfel? Welche Rappumpfel? Philipp, sag mal Kekse. Also ich spiel hier nur noch Rook, weil niemand diesen fetten Typen nimmt. Oh, er hat halt so was schneller runtergeschluckt. Ne, in die linke Backe verdrängt. Und der Neff hat glaube ich tatsächlich kein... Was wollte der eigentlich mit Help? War das überhaupt der? Ja, ne? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat der einfach überhaupt Orientierungslos. Irgendwo am Arsch der Map hockt, der rum... Help! Orientierungslos durch die Nacht. Take a rest please. Nein, Alter. Why? Because I say it! Oh nein, ich bin echt krass, ey. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Irgendwas. Hat keiner verstanden. Irgendwas kommt runter oder so. Aber... Er hat calm down. Hat er nur gesagt. Wissen wir aber nicht genau. Er hat mir gar nicht gefangen. So, denkt dran, es sind zwei Bomben. Tico ist nämlich auch noch ein Haufen Wände bei der Bombe. Ich verbarrikadiere die Tür. Jungs, hat noch irgendwer eine Wände? Ja, wo bist du? Hier. Noch fünf Sekunden. Bombe. Ah, die Wände mal so ein bisschen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin gegen die Bombe. Ich habe meine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Muss ja noch was verstärkt sein, ja. So. Wie geht das jetzt eigentlich schon los hier? Ich weiß nicht, ob ich die... Ich hätte die Kleine noch einreißen sollen, wa? Ich platziere eine AVS. Jetzt zu spät. Ich bin fertig mit dem Draht. So. Ich platziere eine AVS. Sehr cool. So, damit wir bei jeder Bombe etwa die Hälfte der Leute haben, gehe ich mal hier hin. Haben wir uns gerade beide vor dieses... Okay, du nimmst die Shirt. Okay. 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 Auf den Kameras sehe ich gerade nichts. Eine Kamera ist schon kaputt. Ich habe mich mal fett aufs Sofa gelegt hier. Der sieht so geil aus. Da fährt eine Kamera rum. Jetzt Richtung Keller, glaube ich. Hatten wir uns schon gefunden? Ja, irgendwas klar war. Die Bombe haben sie entdeckt. Bei dir, ne, Philipp, oder? Ja. Habt ihr gesehen? Nein, gesehen noch nicht. Oben. Da habe ich rot markiert. Alter, was macht denn der hier neben mir? Der macht mich ganz buschig. Wird gleich irgendwer mit irgendwas reinschießen. Ich habe nochmal markiert. Da kommt noch einer. Da kommt zwei. Da kommt drei. Okay, die werden die große Türchen aufspringen. Oh, oh. Blitz kommt rein. Hier hat er da reingefüßt, aber er hat mich nicht einmal... Oh. Auf dem Sofa bin ich safe. Alter, wie kann der mich da hinten treffen? Ohne Witz. Oh, ja, klar. Ey, das kotzt mich gerade schon wieder an. Wie? Wie? Ja, klar. Ich sehe ihn gar nicht und er sieht mich voll, oder was? Nicht alle rein, Stürm. Die sind alle da im Gang. Die sind alle da im Gang. Vier Leute. Fünf Leute. Blitz, komm. Das ist nicht Blitz. Das ist Montagne. Oh Gott, und da ist noch ein Schildtyp. Misch gemacht hier. Das ist doch scheiße. So, da sind die Dings den ganzen Gang lang. Oh, unsere Explosionsvielone hat das Spiel verlassen. Kommt nur noch 44 Sekunden. Nicht zu riskant, Marc. Ja, was soll ich machen? Das ist ein Schildtyp. Wenn ich da nicht rangehe. Warten, dass er reinkommt. Wenn wir von allen Seiten abschießen können. Die müssen ja reinkommen. Jetzt können die keine Bummel platzieren. Nee, kann doch mit deinem Schild trotzdem zum Atzen. Das ist Braille. Die ganze Zeit. Magazin wechseln! Warum verlassen alle das Spiel? 10 Sekunden. Keine Ahnung. Was verlieren die? 10 Sekunden übrig. Die Gegner entscharfen eine Bombe. Alter, komm. Wo denn? Rechts. Der hier bei mir. Ich musste mich auf die Tür konzentrieren. Da ist aber ein Kunde hinterm Schild. Ich habe nur noch 8 Leben. Das ist der Fuse. Na dann. Nur noch ein Gegner übrig. Der Fuse. Beschützt du mich? Ja, warum? Die Bombe. Das ist doch großmarkiert. Die beiden können die denn wegliegen? Die können irgendwo im Raum. Ich habe es nicht gemacht, weil Florent beschützt mich. Ich habe gedacht, er hat es schon gesehen. Ich dachte, die Bombe muss an der... Der Entschärfer muss an der Bombe dran liegen. Die können das Ding bis sonst da wohl hinschmeißen. Das ist der Wahnsinn. Das ist... Das wusste ich nicht. Schon wieder was dazu gelernt. Mann, das ist doch scheiße. Ich dachte, ich habe da voll die coole Position. Nein, dann stellt er sich genau dahin, wo er mich sehen kann. Mein Fuhr und mein Fuß sehen kann. Aber waren die nicht noch zu zweit gewesen, die Angreifen eigentlich? Der Fuse lag ja nur noch rum. Ach so. Der andere weiß ich gar nicht, was das war. Die Gläser lag doch da rum, oder? Nee, 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 nee. Fuse war doch der mit dem Schild hinten. Nee, 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 nee. Du bist ja auf den Typen mit dem Schild zugerannt. Das war füß. Ich glaube, es war ein Rekrut hinten. Mit Schild. Ich glaube, Rekruten können ein Schild haben. Theoretisch müssten sie jetzt noch in dem selben Raum sein. In der Theorie und derselbe Raum war doch der Keller, oder nicht? Ja. Im Keller ist nichts. Okay, dann funktioniert das mit dem System doch nicht. Oh, ich höre irgendwas im Keller. Das ist nicht der selbe Raum. Okay. Die sind oben. Weiter oben. Ja, die sind gar nicht im Keller. Da ist nur einer im Keller. Ja, die sind. Stopp, da drüber, glaube ich. Du aushältst die Kamera. Ach, das ist wieder das Gebäude. Feind draußen entdeckt. Einer ist gerade draußen rumgelaufen. Habt ihr die Kamera kaputt gemacht? Ja, ich bin kaputt gemacht. Der Neffe hat ja doch einen Operator. Mein Gott. Der hat nur Gläsen. Pass mal auf, wegen dem Haus wieder dahinter, wo Max gerade auch reingucken möchte. Weil wenn Feind draußen entdeckt wurde, würde ich es nicht wundern. Sprengladung wird eingesetzt. Hier ist aber nichts kaputt irgendwie, also. Alles safe noch. Eine Bombe wurde noch nicht entdeckt. Leider nicht. Aber ich kann da nochmal losfahren. Wurde entdeckt. Wo war hier eine Kamera? Da oben. So, dann gehe ich mal gucken jetzt. Ähm, ja. Wo soll die sein? Die sind ja ganz andere Gebäude. Wie, doch oben? Wir müssen da. Eigentlich. Nö, hier sind wir auch nicht. Bei mir war hier einer. Tapsi, glaube. Bei mir ist tippt auch irgendwas. Das ist doch nur das eine Haus, oder? Ich fahre jetzt da lang. Hui. Bei mir hier sind sie. Hab sie. Ich brauche ganz dringend Hilfe. Bin fast tot. Komm mal. Hat nämlich kein Munition mehr zum Schießen. Ich muss den tot schlagen. Weil er geblendet war. Ach komm, jetzt kann ich hier. Ach, leck mich doch. Der hat mich ja weggebombt. Woher kam der denn jetzt? Schön gemacht. Ich bin ein Adler im Nest. Hoah. Leute, das ist ja fies. Jo. Warum sagt der? Gut, 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 gut. 3-0. Ach so, T war es ja. Aber ich habe die vier dazu beigetragen. Der wahrscheinlich erstaunt über unsere taktische Finesse. Wo sind sie? Wo sind sie? Panikhilfe. Ich habe sie dann gefunden. Ich wusste auch, wo sie sind. Aber ich wusste auch, wo die Bommel ist. Ich weiß nicht, ob der es ironisch meint oder ernst. Mit dem Gutgeld. 1-1. Keine Ahnung. Ich habe GG geschrieben. Hat er auch. Einer geht noch. 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 Was denn jetzt? Wir waren gerade mit Pineapple in einem. Da ist Pineapple. Wer ist ein Pineapple? Ist das nicht der YouTuber Pineapple? Weiß ich gerade gar nicht. Ist das unser YouTube-Kollege? Wie heißt der auf YouTube? Heißt der auch Pineapple? Ja, ich glaube schon. Also ich weiß, dass es Pineapple heißt. Aber heißt der Pineapple 227 bei Rainbow Six? Wenn einer von euch tot ist, mal gucken. Tja, ich nehme mal standardmäßig immer, wie immer, Ash. Die kann so schön die Türen aufmachen. Ich frage mal. Pineapple German? Ja. Muss man ihn gehen? Ja, der hat mir bei Graphic versucht zu helfen. Ach so. Der hat auch Rainbow Six gemacht. Eben. Von der habe ich ja auch mal Rainbow Six geguckt, deswegen. Wer ist? Das ist der, wa? Nein, Moment. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Oh. Dann ist das wohl doch nicht. Oder er will sich zugeben. Oh. Die sind unter mir. Unter dir. Hier oben nicht. Was ist das eigentlich? Bombe? Da sind sie unter mir. Oder was ist das? Das ist eine sehr gute Frage, Max. Ist egal, Hauptsache. Wir finden ihn mal. Jo. Oh, da ist einer. Hallo. Oh, ich habe es gefunden. Du guckst. Na, ha, 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 ha. Zehn Sekunden bis Einsatz. Na, Frost. Du hast Jungs immer schön auf den Boden gucken. Der hat eine Bombe gefunden. Fünf Sekunden. He, he, he. Die holen mal. Easy. Entschärfer ist jetzt gesichert. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Also irgendeine Kamera habe ich zerstört, aber ich weiß nicht, welche das war. Pineapple, aber nicht der YouTuber. Das wäre ja lustig gewesen. Und ja, wieder eins unter uns, ja, wa? Schade, Mamelade. Ja, den könnte man auch mal fragen. Vielleicht so ein kleines Cro-Projekt. Okay, mit dem Panda. Cro-Projekt meinte ich natürlich. Ich finde es lustig, wie sie alle auf einmal hinter mir positionieren. Hier wurde reingeschossen bei uns. Hä? Ich habe hier aufgeschlagen. Ach so. Das sah so aus, als wäre der Kugel. Mann, mach doch auf jetzt hier. Hört mich doch. Da ist einer. Der gerade dreimal mit einer Bombe. Ja, das ist das, was du die Runde eigentlich immer gesagt hast. Endlich alle hintereinander. Alter, ernsthaft? Warum? Was steht denn genau da? Was steht denn genau da oben am Fenster? Wieso? Wieso? Vor allem genau in dem. Ja, genau da oben am Fenster. Das ist... Das ist... Jetzt kommt gleich wieder der Marktschreier. Take a risk, please. Take a risk, please. Take a risk. Hier machen wir eine Wand. Eine Weste! Ich übe mich an der Wand als Zehörer. Ich übe mich an der Wand als Zehörer. Was für ein Sprüchelklopper hier wieder. Himmel, Arsch und Zwirr. Krass. Gewinne, 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 gewinne. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend klar. 30 bekommen wir den? Hm. Noch 5 Sekunden. Ich brauche das Prinzip mal hier so. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Hey. Mach jetzt die Barri... Ich hoffe, einer ist jetzt noch Bombe B. Sperrt mich nicht aus. Bist du da drinne jetzt? Bombe B ist safe. Weil da jetzt doch keiner ist. Warum stellst du dein Schild hier nicht hin? Boah, piss dich! Warte doch ab. Nein, nein, du brauchst die doch nicht. Ach, die Bombe drin. Mach das, du, mach das. Deswegen habe ich es eingerissen. Ja, Kameras haben wir schon wieder kaputt gemacht. Ja, da waren 4 Mann. Ich habe sie markiert. Hier kommt, glaube ich, gerade einer von oben. Bei der Treppe. Da. Noch einer. Ich habe Spaß dran. Da ist noch einer. Oh, da hinter der Wand ist einer. Eine rechte Flank hat keiner. Nein. Super. Bups. Du Scheiße. Hallo. Mein Ton ist weg. Hört ihr mich noch? Wir hören dich. Jetzt sind wir da. Okay. Die haben ja alles zugesmoked. Ach nee. Halt, Moment. Das ist bloß eine Wand. Also wenn die Treppe runterkommen mit irgendwelchen Granaten, werden die erstmal aufgehört. Also ich kann deine Seite da decken. Also so ein bisschen. Warte mal. Ich kann das Loch über dir aufschlagen. Leute, da kommen wir hier. Maxi, komm wieder. Einen habe ich. Ich bin aber hinter der Wand auf am Boden. Der hat mich instant gekillt. So, ich komme. Der hat aber kaum Leben noch. Der schießt dir durch. Sie kommen. Stechen, stechen. Ich lade nach, gib du mir Deckung. Habe ich ihn erwischt? Nee. Ich habe alles reingespillt und einmal getroffen. Sehr gut. Letzter verbleibender Gegner. Phil, du gegen Klärz. Du schaffst das. Ist nur ein Sniper. Der geht jetzt zur A. Pass auf. Wir können draußen ein bisschen gucken, von wo die kommen. Drinnen haben sie leider alle Kameras kaputt gekriegt. Ich werde doch die ganze Zeit irgendwas piepen. Schön. Ich lade dir nicht. Yes. Yes. Ja. Ja. Prozent soll das heißt auch tatsächlich Prozent stand natürlich noch weiter rechts und Tja nun was spielst du verletzt was Prozent keine Ahnung was wird gespielen kannst du spielen wenn du Bock hast ich spiel eine Runde mal will mal gucken um ein Spiegel wieder erst das sind die wunderbaren Sound-Effekte die wir das mit Muggies-Gott liefern können wenn ihr uns abonniert dann könnt ihr kostenlos ein Sound-Präsident holen dieses Sound könnt ihr auch auf Sound-Cloud runterladen ist wenn man auch noch die Bombenposition kennen könnte würde ja ich kenne ich bin schon auf der richtigen Etage ist gerade einer hochgerannt ja ich bin Mist ich geh mal die andere Bombe entdecken das war schon mal was und jetzt am Leben auf die Couch oder so 10 Sekunden bis 1 nicht innen nein du sollst dich irgendwo verstecken Mensch doch das ist freie Fläche ach du redest mit mir nein ich rede mit Pergamensch schade ich habe gerade der Typ ist überall lang gefahren nur nicht in Dicken das war schon wieder diese scheiß Etage wo man nirgendwo reinkommt richtig wir wollen mal gucken ob sie gleich hier aggressiv schießen warte warte ich wollte durchpusten aber ok was wolltest du? durchfusen wozu? da ist kein Schwein du hast es auch gerade reingesch... ach ich habe aufgehauen um zu gucken ob da einer drin ist der Schafer ist nicht länger in deinem Besitz von wo zum Geier? ich... gegenüber irgendwo ich bin in eine Bärenfalle gesprungen der ist gleich so lecker der ist gleich so lecker ich hasse Bärenfallen ja er ist genau gegenüber von meiner Leiche gewesen da ist so ne kleine Wand ich... wie kriegt der mich? Alter das ist... wie ich Frost hasse und ich denke auch nie dran nie ja ist klar kommt der rausgerusht mit seiner scheiß Shotgun von was kommen die rausgerannt? what the fuck? warum waren die nicht gleich markiert? kommt raus und killt zwei Leute von uns ich glaube... ja wenn sie schnell genug sind dann werden sie auch nicht markiert das dauert ja mal ein paar Sekunden was sind denn das für Assisi die so rausrushen? das macht man doch nicht wer macht die... schon ich ich glaube die spielen hier echt Angriff ist die beste Verteidigung das ist ja aber es gibt dann auch noch wirklich diese eine Etage wir bleiben jetzt zusammen rücken ganz langsam vor nicht alle auf einen Haufen wir sind Verteidiger oder? was will der? das nächste mal Verteidiger gewinnt ja immer wir gehen ganz oben rein am besten da rechnen die nicht mit weil die sind immer in der Mitte und kommen raus und ballern und so nieder naja dann gehen wir diesmal von oben rein die Bomben sichern war das lächerlich take a rest aha wer will, wer will, wer hat das ne das könnte echt knapp werden Leute Quatsch Leute natürlich wird das knapp die dürfen jetzt nicht gewinnen die Gegner haben eine Bombe entdeckt zum Angriff bereit machen ähm hier und? so, hier liegen jetzt noch vier Westen please take a rest ja noch im anderen Raum ich hab bis jetzt nur gesagt ich hab bis jetzt Türen verstärkt so gibt's hier irgendwo ein schönes Versteck Eingang präpariert vergesst ja nicht hier die Türen noch zuzumachen gibt's echt irgendwo keinen Weg raus ich glaube jedenfalls ich höre der von da was aber die sind unter uns ja den habe ich von unten hab einen das ist ein Assi wow ich hab Angst da ist jemand nach oben gegangen das mit dem Schild kostet mich so an, dass er den nie hinstellen möchte oh 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 kommt durch den anderes Fenster als die Olle komm zu Papa dann kurz nach und dann kannst du kommen so, komm bitte bitte stoppen es stehen nur noch zwei Leute ein Gegner verbleibt der ist wo? da irgendwo sehr gut da oh Gott da ist ein paar Hundis das hat die dich geholt Floro das ist so spannend jetzt? jetzt müssen wir angreifen wir gehen oben rein oh man Leute das ist jetzt echt spannend das ist Mensch ja 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 nein das ist mit Speyer ne? ja das ist mit Speyer wer jetzt gewinnt hat gewonnen wir müssen eine Bombe aufschwören wer jetzt gewinnt hat gewonnen öh so hier ganz oben ne jetzt wäre es schon mal ziemlich gut sofort die Bombe zu finden die sind glaube hier oben wo wir von waren ganz oben? ja sehr gut uiuiui ups einer geht runter Puls geht runter Puls ist runtergegangen Puls ist scheiße wenn er unten ist der sieht uns ja naja ich finde Puls immer ziemlich unpräzise was macht Pineapple Pineapple steht einfach nur doof in den Gegenraum mitten auf dem offenen Flur so wo ist hier die Webcam? ich weiß gar nicht ob hier draußen immer welche sind wenn dann auf dem Schiff so wie kommen wir jetzt hier nach oben? hier kommt man noch ein Stück höher? nee ne? sollte doch oder? sehr gut Leute doch man kann noch ein Stück höher ja da sinds ja alle drin uiuiuiuiui ach da sitzt es gleich nochmal in der Ecke pfff jungs Konzentration Philipp nerf nicht von mir weg ich hab nur die Bombe geholt da rechts Deck links du rechts ich muss aber erstmal nachladen Dachte ich, dass die mich so gut von der Seite sehen können. Eine kleine Tonunterbrechung für Max Simmerservice. Okay, jetzt sind nur noch zwei. Du hast noch mehr als genug Leben. Sieben. Noch ein Gegner. Herrlich. Hey, easy. Ich war sehr produktiv, die Runde. War auch eine scheiß Runde, ey. Alter. Weil die gierig waren. Das war jetzt unerwartet, dass sie alle auf den Haufen gehockt haben. Wollte wahrscheinlich auf Nummer sicher gehen. So. Beenden wir die Runde hier. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao. Ciao. Ciao.